Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom CasinoPlusBonus.com. Ich bin heute im High 5 Casino. High 5 Casino, gib mir 5 oder am besten gib mir 10 Freispiele. 10 Freispiele gibt es hier zu holen. Und zwar ganz kostenlos ohne Einzahlung über unseren Link. Am Ende des Videos einfach den Link folgen und von dort aus im High 5 Casino anmelden und schon kann es losgehen. Das High 5 Casino bietet jetzt nicht die Menge an Bonus an. Es sind meistens Freispiele, die hier als Bonus gewährt werden. Und das Schöne ist, dass hier die Freispielgewinne, die sie erwirtschaften oder bekommen oder mit Glück sich erspielen, wie auch immer, werden dann sogar verdoppelt. Aber wie gesagt, diese Einzelheiten finden Sie auf der Webseite vom Link, den ich wie gesagt am Ende des Videos angegeben habe. Hier möchte ich jetzt im Video das Casino oder das High 5 Casino vorstellen. Und da fange ich natürlich an. Warum heißt es High 5? High 5 heißt es auch deswegen? Weil hier die High 5 Games natürlich bei Exelon vorhanden sind und ausgeprägt hier angeboten werden. Die ganzen Originale, die Sie vielleicht hier und da schon von anderen Casinos kennen und vielleicht gar nicht so direkt zuordnen konnten. Es sind tolle Spiele dabei und es macht auf jeden Fall Spaß, diese Spiele zu spielen. Schauen Sie sich da um und Sie werden Ihre neuen Favoriten garantiert entdecken. Übrigens gibt es hier noch Net-End-Spiele und weitere IGD-Spiele. Aber im Prinzip sind es der größte Teil der Spiele. Das sieht man hier auch. Das sind also 171 High 5 Originalspiele. Und wenn man jetzt alle Spielautomaten nimmt, sind es 268. Also das heißt, es gibt noch die Net-End-Spiele dazu und ein paar andere. Größtenteils konzentriert sich das hier auf das High 5 oder auf die High 5 Games. Und somit ist das auch das High 5 Casino. Schnell erklärt der Name. So, dann gehen wir weiter und wir haben natürlich auch hier ein paar Checkpotspiele. Wenn Sie doch ein paar Euro setzen wollten, sollte man immer probieren. Vielleicht trifft es da hier und da mal. Irgendjemand muss es ja treffen und probieren sollte man es auf jeden Fall. Hier im High 5 haben wir vier Checkpotspiele. Natürlich alle für Net-End, wie man sieht. Dann haben wir hier einen Live-Casino-Bereich. Ein türkisches Roulette. Nun ja. Türkisch Blitz. Und Blackjack Silver. Also es gibt Blackjack und es gibt Roulette. Und das ist doch schon okay. Also für ein paar kleine Runden mal an einem Live-Spiel. So, dann haben wir wie immer eine Aufteilung, dass natürlich die neuen Spiele immer wieder besonders erwähnt werden. Da schaut man immer vorbei und schaut, wenn man doch mal ein paar Tage dann oder mal eine Woche nicht hier war. So, dann haben wir hier noch Powerbat-Spiele. Das sollten Sie sich anschauen. Gerade hier zeichnet sich auch das High 5 Prinzip ab. So, dann haben wir die Klassik-Spiele. Was auch immer das jetzt für eine Einteilung sein soll. Für mich ist das im Prinzip so, dass ich hier auf alle Slots gehen würde und mich dann entsprechend durchtasten würde, welche meine eigenen Favoriten wären. Dann haben wir hier noch ein paar Brettspiele, aber es hält sich eben im Zaun. Und zum Beispiel gibt es hier auch gar kein Blackjack als Brettspiel. Also man sollte sich hier konzentrieren auf die Spielautomaten. Und wie gesagt, es sind tolle dabei. Man macht mal eine neue Erfahrung. Und manche Spiele kommen mir so rüber, dass man manchmal denkt, es sind Red Tiger-Spiele. Aber wie man hier sieht, es sind High 5 Games. Und ich lade jetzt gerade mal eins, um zu zeigen, wie schnell es geht. Die Walzen werden geladen. Und natürlich geht es Ratz-Batz. Also hier kann man dann loslegen bei entsprechenden Guthaben. Was jetzt hier mal nicht vorhanden ist, weil ich ja im Endeffekt nur das Casino vorstellen möchte. So, also den Einsatz hier kann man dann entsprechend wählen. Und wenn sie anfangen zu spielen, schauen sie immer auf den Einsatz. Manchmal ist der eingestellte Einsatz gar nicht so schlecht. Natürlich schauen, dass hier keine 5 Euro stehen. Manche geben es auch auf den höchsten Einsatz. Und nehmen wir mal an, sie haben 200 eingezahlt und spielen mit dem Einsatz 120 Euro. Na dann, viel Spaß. Und wenn sie gewinnen, dann würde ich das gerne wissen wollen, ob es geklappt hat. Das wäre doch mal was. So, also wie gesagt, so viel und so gut dazu. Zu diesen Spielen, die hier angeboten werden. Es sind halt nicht ganz so viele und man braucht jetzt auch in der Suche, natürlich kann man hier nach einem Namen suchen, um dann sein Lieblingsspiel zu finden. Aber im Endeffekt braucht man das bei der Anzahl von Spieleanbietern hier eigentlich nicht. Was mir natürlich wieder fehlt, ist, dass ich dann das Spiel entsprechend markieren kann, dass es mein Lieblingsspiel ist. Das fehlt mir hier komplett. Die Einzahlung geht hier ganz normal oben über das Konto und funktioniert ganz gut. Dann kann man sich hier dann nochmal die entsprechenden Sortierungen anschauen. Ist aber im Prinzip nichts anderes, wie man hier schon die Obersortierung hat. Es sei denn, man braucht nochmal den Kontakt, den hat man dann aber auch hier. Also es ist im Prinzip die Handyversion und hier die Computerversion. Für den Computer reicht das vollkommen aus. Da brauche ich dieses seitliche Menü auf jeden Fall nicht. Ein tolles Casino, macht einen guten Eindruck, lohnt sich mal auszuprobieren, vor allen Dingen, wenn man mal was Neues machen will. Und macht Spaß hier zu spielen, auf jeden Fall. Und die Bedingungen, wie gesagt, die lesen Sie sich im Prinzip bei uns auf der Webseite nochmal durch. Und dann aber auch immer nochmal selbst, bevor Sie einzahlen, um dann auch entsprechend informiert zu sein. Mindesteinsatz, wenn Sie bei den Spielen abspielen oder einen Bonus abspielen, 5 Euro. Ansonsten halten sich die Bonusbedingungen hier in Grenzen, weil es ja eh nicht ganz so viel Bonus gibt. Also macht Spaß, frisch frei aufzuspielen, auch mal ohne Bonus, sondern, und was noch zu erwähnen ist, es gibt hier kaum Einschränkungen bei der Höhe der Auszahlung von Bonusgeschenken oder Freispielen oder sonstigen. Also auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Und schauen Sie da vorbei und spielen Sie, gewinnen Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Denise. Tschüssi.